Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. So, wir sind immer noch im Urlaub, de vacaciones. Der Angelhaken, der Angelhaken, el anzuelo, el anzuelo. Das Netz, das Netz, la red, la red. Einen Fisch fangen, pescar um pes, pescar um pes. Das Canu, das Canu, la piragua, la piragua. Kentan, kentan, volcar, volcar. Treiben, treiben, flotar, flotar. Die libelle, die libelle, la libellula, la libellula. Die mücke, die mücke. El mosquito, el mosquito. Die ente, die ente. El pato, el pato. Der frosch, der frosch. La rana, la rana. Der pfad, der pfad. El camino, el camino. Der bach, der bach. El arroyo, el arroyo. Die wiese, divise. La bradera, la bradera. Das caninchen, das caninchen. El conejo, el conejo. Der maulwurf, der maulwurf. El topo, el topo. Auf einen Baum klettern, auf einen Baum klettern. Trepar a un árbol. Trepar a un árbol. Die wiesenblumen, die wiesenblumen. Las flores silvestres. Las flores silvestres. Blumen pflücken. Blumen pflücken. Recojer flores. Recojer flores. Der blumenstrauß. Der blumenstrauß. El ramo de flores. El ramo de flores. Das gänseblümchen. Das gänseblümchen. Das gänseblümchen. La margarita. La margarita. Butterblume. Die butterblume. El boton de oro. El boton de oro. Das land. Das land. El campo. El campo. Das dorf. Das dorf. El pueblo. El pueblo. Das Bauernhaus. Das Bauernhaus. La casa de campo. La casa de campo. Es hierhin. Das reicht für heute. Hasta aquí. Es suficiente para hoy. Muchas gracias. Hasta mañana. Die. Die. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020